Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Ich will gerade hier in meiner Pfanne geröstetes Brot herstellen, um super geröstetes Brot mit einer geilen Guacamole zu machen. Vegan das Ganze. Ich zeige euch jetzt gleich wie es aussieht, wenn es fertig ist. Das ist die vegane Version. Das ist die non-vegane Version unseres gerösteten Brotes mit Guacamole und ein Egg oben drauf. Und es wird so geil, wenn da gleich das Eigelb unten reinläuft. Wenn ihr sehen wollt, wie wir das gemacht haben, schaut auf unserem YouTube-Channel vorbei. Wir kochen was. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.